Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video erkläre ich dir, wie du einfach und schnell Brüche in Dezimalzahlen umwandeln kannst und was passiert, wenn es sich um gemischt periodische Dezimalzahlen handelt. Fangen wir mal ganz entspannt mit dem Beispiel 13 Fünfzehntel an. Wenn du diesen Bruch in eine Dezimalzahl umwandeln möchtest, dann empfehle ich dir grundlegend erstmal so vorzugehen, wie wir es auch in den anderen Videos gemacht haben. Also, dass du diesen Bruchstrich hier schreibst als ein geteilt Durchzeichen, so ein Doppelpunktzeichen, wie du es vielleicht noch aus der Schule kennst. Und um jetzt die Dezimalzahl rauszufinden, gehen wir wieder mit den gewohnten drei Schritten vor. Schritt Nummer 1, wir schauen einfach, wie oft diese Zahl in diese Zahl reinpasst. Also, wie oft passt die 15 in die 13 rein? Nullmal, weil die 15 ist ja größer als die 13. Schritt Nummer 2, wir multiplizieren das mal dem und schreiben das Ergebnis hier drunter. Gut, mit Null multipliziert bleibt es ein Null. Und Schritt Nummer 3, wir ziehen die hier voneinander ab. Und klar, wenn wir mit Null multiplizieren, dann bleibt die Zahl gleich. Aber das nehmen wir uns auch gleich noch zum Anlass, wenn die Zahl gleich bleibt, dass wir hier einfach eine Null hinten dranhängen und eine Dezimalstelle weiterrutschen. Denn klar, ansonsten würden wir ja ewig in diesem Nullerzyklus gefangen bleiben. Deswegen hängen wir eine Null dran und rutschen eine Dezimalstelle weiter. Aber wenn es die erste Dezimalstelle ist, setzen wir hier ein Komma. Danach keine Kommata mehr. Und jetzt geht das Spiel von vorne los. Wir werden wieder schauen, wie oft passt diese Zahl in diese Zahl rein. Und das Spiel wiederholt sich so lange, bis entweder hier irgendwann eine Null entsteht unten oder wir in so einem unendlichen Zyklus gefangen sind, der sich immer wiederholen würde. Dann sind wir bei der sogenannten Periode. Mal schauen, was passiert. Wie oft passt die 15 in die 130 rein? Naja, passt die 10 mal rein? Nicht ganz, weil 10 mal 15 ist ja 150. Das würde ja die 130 übersteigen. Einmal weniger vielleicht? Ne, auch nicht. Aber zweimal weniger, das funktioniert. Also zweimal 15 ist eine 30. Ist eine 30 weniger als 150? Also achtmal passt die auf jeden Fall rein. Gut, das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir ausmultiplizieren. 8 mal 15. Ja, das sind wir bei 8 mal 10, 80. 8 mal 5 ist 40. 80 plus 40 sind wir bei 120. Und tatsächlich, nochmal, hätte die 15 da nicht reingepasst. Sonst würden wir ja, wenn wir da nochmal 15 drauf addieren, die 130 übersteigen. Also achtmal war schon die genaue Anzahl. Und wenn wir die jetzt Schritt Nummer 3 voneinander abziehen, dann bleibt eine 10 über. Und jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Schritt Nummer 1. Wie oft passt die 15 in die 10 rein? Naja, gar nicht. Deswegen hängen wir hier eine 0 hinten dran und rutschen hier eine Stelle weiter. Na, wir setzen hier nicht nochmal eine 0. Wir setzen, wir rutschen einfach eine weiter. Es sei denn, dieses Nullerspiel würde sich ein paar Mal wiederholen, dass die 15 da auch nicht reinpasst. Wir müssten noch eine 0 hinten dran hängen. Dann würden wir natürlich noch eine 0 setzen, um anzudeuten, wir rutschen hier nochmal weiter. Also einfach nur, also eine 0 hinten dran hängen, heißt eine Dezimalstelle weiter rutschen. So, und deswegen, wie oft passt die 15 in die 100 rein? Wir überlegen, 5 mal, 6 mal, 7 mal? Na, 7 mal nicht, weil 7 mal 15 sind wir über der 100. Aber 6 mal passt die rein, weil 6 mal 15, Schritt Nummer 2, sind wir bei 60 plus 30, mal bei 90. Alles klar. Und Schritt Nummer 3, wir ziehen die voneinander ab und sind bei einer 10. Ah, interessant, eine 10, das hatten wir doch gerade schon. Gerade hier, als wir noch eine 0 hinten dran gehangen haben und eine Dezimalstelle weitergerutscht sind, da haben wir doch genau eben besprochen, dass die 15 da 6 mal reinpasst. Und dieses Spiel hier mit 100, dann kriegen wir hier eine 6 hinten dran, dann hier eine 90, wieder eine 10, das würde sich ja unendlich lange wiederholen. Und deswegen setzen wir hier an dieser Stelle eine Periode, um zu sagen, dass dieses Spiel, diese 6 hier, die wiederholt sich einfach bis in die Unendlichkeit weiter. Schauen wir uns einfach noch direkt ein zweites Beispiel an, sagen wir, wir wollen 25 teilen durch 12. Dann schreiben wir das erste Mal wieder mit einem Doppelpunkt auf, für geteilt durch. Und dann fragen wir uns Schritt Nummer 1, wie oft passt die 12 in die 25? Okay, das ist einfach, zweimal. Ja, weil, Gegenprobe, zweimal 12 ist eine 24 und nochmal hätte die 12 da nicht reingepasst. Schritt Nummer 3, wir ziehen die voneinander ab, ist eine 1. Alles klar, perfekt. Und jetzt geht es wieder von vorne los. Wie oft passt die 12 in die 1 rein? Naja, gar nicht. Deswegen hängen wir hier eine 0 hinten dran und rutschen eine Dezimalstelle weiter. Gut, das machen wir am Anfang durch ein Komma sichtlich. Ja, nochmal setzen wir da keine Kommata. Und dann fragen wir uns wieder, wie oft passt die 12 in die 10 rein? Oh, und das ist gerade so ein Fall, den wir eben besprochen haben. Auch hier passt die 12 nicht in die 10 rein. Das bedeutet, wir hängen noch eine 0 dran und rutschen noch eine Dezimalstelle weiter. Aber um das sichtbar zu machen, dass hier noch eine weiter gerutscht sind, müssen wir tatsächlich eine 0 setzen. Weil, stell dir mal vor, wir würden die nicht schreiben. Und gleich die nächste Zahl, da wird ja keiner merken, dass wir da gerade zwei Dezimalstellen weiter gerutscht sind. Deswegen die 0 quasi als Platzhalter. So wie man auch hier vorne die 0 eigentlich nur als einen Platzhalter hinschreibt. Und jetzt geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Wie oft passt die 12 in die 100 rein? Ja, 8 Mal. 9 Mal wäre zu viel, dann würde ich über die 100 kommen. Ich würde mich da immer so ungefähr rantasten, dass du eine grobe Vorstellung hast. Aber 8 Mal passt 2. Schritt Nummer 2, 8 Mal 12. 80, 90, 96. Und die ziehen wir jetzt schlussendlich noch voneinander ab. Schritt Nummer 3, das ist eine 4. Und wie oft passt die 12 in die 4? Na gar nicht, da brauchen wir gar nicht groß überlegen. Wir hängen eine 0 hinten dran und rutschen eine Stelle weiter. Und dann, wie oft passt die 12 in die 40 rein? Das geht wieder. Hm, 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal? Na 4 Mal nicht, sind weit über der 40. Aber 3 Mal auf jeden Fall, weil 3 Mal 12 ist eine 36. Ah, und siehst du das? Wenn wir die jetzt voneinander abgezogen haben, dann sind wir doch wieder in so einem Zyklus gefangen. Siehst du das? Wenn wir hier wieder eine 0 hinten dran hängen und eine Stelle weiter rutschen, dann haben wir doch wieder die 40. Genau wie eben. Dieser Zyklus hier würde sich jetzt bis in die Unendlichkeit wiederholen. Das heißt, bis in die Unendlichkeit kommen hier weitere Dreien dazu. Und um das einfach abzukürzen, hat man sich überlegt, setzen wir hier so einen Strich drüber und du siehst, da haben wir auch wieder so eine wunderschön gemischt periodische Zahl. Das heißt, dass die Periode erst bei irgendeiner hinteren Dezimalzahl anfängt. Also diese 0, 8, die werden sich nicht wiederholen. Wie auch hier, die 8 sich nicht bis in die Unendlichkeit wiederholt, sondern immer nur die Zahlen, die hier in der Periode drinstehen. Nur die wiederholen sich jetzt bis in die Unendlichkeit. Das war's. So funktioniert es, einen Bruch in eine Dezimalzahl umzuwandeln, selbst bei so schwierigen Fällen, wenn wir es mit gemischt periodischen Dezimalzahlen zu tun haben. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Mathe-Prüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Mathe-Prüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.